1-0 Und heute sind wir beim FC St. Pauli. Heute interviewen wir Gerald Asamoah. Er wurde am 3.10.1978 in Ghana geboren. Hallo Gerald, wie geht's? Mir geht's sehr, sehr gut. Was darfst du mit deiner Verletzung machen? Leider darf ich noch nicht laufen, aber dafür bin ich jeden Tag auf dem Rad und fahre meistens eine Stunde und mache dann Krafttraining. Heute zum Beispiel, heute Mittag steht an, dass wir ins Wasser gehen, Aquajoggo machen. Wie lange bist du schon in Deutschland? Verdienst du immer noch Geld auch mit deiner Verletzung? Geld ist ja nicht wichtig, nein. Nächste Woche musst du ein Ziel haben. Nächste Woche musst du ein Ziel haben. Wir haben auch Papi Nehmet interviewt. Er ist Co-Trainer und Reha-Trainer. Er kümmert sich um die verletzten Spieler. Wie viele verletzte Spieler hast du pro Tag? Ich würde mich freuen, wenn ich gar keinen hätte, weil das würde ja bedeuten, die wären alle fit und könnten alle spielen. Wolltest du schon immer Trainer werden? Vielen Dank für das Interview. Dankeschön, es hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.